Die wichtigste Frage bei eurem Hochzeitsdanz, damit es authentisch wirkt, ist eure Musikwahl. Die Musik sollte die gewählt werden, die ihr selbst lebt, die vielleicht auf irgendeine Weise eure Beziehung niederspiegelt, zu der ihr selbst auf jeden Fall Gänsehaut bekommt. Nehmt euch richtig Zeit und sucht das Stück aus oder vielleicht die Stücke aus, die euch selbst bewegen. Denkt nicht darüber nach, was die anderen darüber denken würden, sondern was ihr selbst fühlt und lebt. Dann wird das auf jeden Fall authentisch werden.